Grüß euch Freunde bei Wolfsbike und TourTV. Ja ganz bis nach Tibet bin ich nicht gekommen mit der neuen CF-Moto 800 MT, die ich in den letzten zwei Wochen ausgiebig testen habe dürfen. Allerdings habe ich auch in Österreich ein paar Gebetsmüllen gefunden. Aber was euch wahrscheinlich viel mehr interessiert ist, wie sich diese neue Reiseenduro aus China fährt und das verrate ich euch in meinem Video. Ja normalerweise komme ich bei meinen Motorradtests immer erst so gegen Ende zum Preis. Heute will ich damit beginnen, weil der bei der CF-Moto 800 MT ganz sicher für viele ein Argument ist, weil sich Motorräder aus China immer noch in erster Linie über den Preis definieren. Und der Preis ist heiß, wie man so schön sagt, die gibt es in Österreich ab 10.999 Euro bzw. in Deutschland ab 9.899 Euro. Das ist dann allerdings das Sportmodell mit den Gussfelgen und ohne dieser reichhaltigen üppigen Serienausstattung, die dieses Touring-Modell hier hat, das ich zur Verfügung gestellt kriegt habe. Das kostet dann in Österreich um 3.000 Euro mehr und in Deutschland um 2.600 Euro mehr. Das ist dann natürlich auch kein Sonderangebot mehr, sondern ungefähr das, was viele Mitbewerber in der Basisausstattung kosten. Und so gesehen muss sich diese CF-Moto auch mit denen vergleichen lassen. Falls ihr den chinesischen Motorradhersteller CF-Moto noch nicht kennt, ich habe schon ein Motorrad von dem getestet und zwar die kleine Schwester von dem, die 650 MT Multiterrain. Es gibt auch ein Video dazu, dass ich euch da oben einblende. Das ist allerdings ein anderes Kaliber. Damit will man wirklich bei den arrivierten Mittelklasse-Reise-Enduros Fuß fassen und die eben auch, wie schon erwähnt, über den Preis angreifen. CF-Moto ist ja bekannt bei ATV und Quads. Da sind sie Marktführer in Europa und auch weltweit ganz vorn mit dabei. Und jetzt wollen sie eben auch am Motorradsektor Europa erobern sozusagen oder sich zumindest auch ein kleines Stück oder größeres Stück von diesem Reise-Enduro-Kuchen runterschneiden. Dafür hat man sich natürlich auch Know-how von Europa eingekauft bzw. sich des Joint Ventures bedient, das seit 2017 mit KTM läuft, wo man ja in China die Mittelklasse-Reise-Enduros von KTM produziert. Das merkt man vor allem beim Motor, wo da aus der 790 Adventure und aus den 790 Modellen bekannte 799 Kubik Reihen-Zweizylinder von KTM zum Einsatz kommt. Der allerdings hier auf Euro 5 adaptiert wurde. Das hat man ja bei KTM nicht mehr gemacht. Da ist man ja dann auf 899 Kubik weiter gegangen. Aber hier kommt dieser Motor zum Einsatz. Der leistet hier 91 PS, also nur 4 PS weniger als in den 790 Adventure Modellen von KTM. Und über den Motor lasse ich nichts kommen. Der war in der 790er gut und der ist jetzt auch gut. Das ist ein durchzugsstarker Reihen-Zweizylinder, immer präsent, wo vor allem oben raus so richtig die Musik spielt. Aber er kann durchaus auch untertourig, auch wenn dieser Schritt den KTM zum 890er Motor gemacht hat, nachvollziehbar ist, weil er ganz einfach dann noch mehr Laufruhe kriegt hat, durch mehr rotierende Massen. So ist dieser 790 Adventure Motor, also dieser 799 Kubik, den im CF Motor auf Euro 5 getrimmt hat, ein wirklich passender Motor für Reise-Enduro, der auf der Straße überhaupt keine Wünsche offen lässt. Also wirklich Pässeharz, kurvenreiche Landstraßen, auch Autobahn, alles kein Problem. Der ist wirklich sehr, sehr durchzugsstark, ist immer präsent. Auch im Gelände funktioniert der wunderbar, aber er schreit halt schon ein bisschen nach Drehzahl und es ist dann immer ratsam, vielleicht einen Gang runter zu schalten, wenn man dann langsam unterwegs ist oder wenn man dann Offroad bei heikleren Passagen unterwegs ist. Das Motorrad kommt mit zwei Fahrmodi daher und zwar einen Sportmodus und einen Reihenmodus. Der Unterschied ist vor allem in der Gasannahme, während die beim Sportmodus schön direkt ist. Sportlich, wie der Name schon sagt, ist das im Reihenmodus dezent, dort ist auch die Leistung ein bisschen reduziert, wo es allerdings keinen Unterschied gibt, das ist die Traktionskontrolle. Und warum? Weil das Motorrad keine Traktionskontrolle hat. Das ist ein bisschen undurchsichtig gewesen, weil CFMoto bis vor kurzer Zeit noch angekündigt hatte, dass das Motorrad mit schräglagenabhängiger Traktionskontrolle und Kurven-ABS kommt, weil sie auch die sechsachsige IMU von Bosch verbaut hat. Allerdings, ihr könnt es mir glauben, ich habe mir das genau angeschaut. Das Motorrad hat keine Traktionskontrolle und auf Nachfrage bei CFMoto, beim Importeur bei KSR, habe ich dann auch erfahren, dass man darauf verzichtet hat. Warum die Chinesen darauf verzichtet haben, weiß ich nicht. Es ist ja doch alles dafür vorbereitet. Ich muss sagen, mir persönlich geht sie nicht wirklich ab, aber es ist natürlich schon auch ein Argument für viele Leute, weil das ganz einfach heutzutage Standard ist in der gehobenen Reiseenturo Mittelklasse. Außer die Yamaha Teneré fällt mir eigentlich kaum mehr eine moderne Reisenturo ein, wo es keine Traktionskontrolle gibt. Ich kann aber nicht dauernd predigen, dass man unter 100 PS keine Traktionskontrolle braucht und das dann groß kritisieren. Ich will es nur erwähnt haben, weil da eben offensichtlich die Kommunikation zwischen China und Europa nicht so gut funktioniert hat, weil der Importeur offensichtlich gar nicht wirklich informiert worden ist, dass die Chinesen dann entgegen ihrer ursprünglichen Ankündigung dann doch auf eine Traktionskontrolle verzichtet haben. Also ihr könnt es glauben, ich fahre lang genug Motorrad, um zu wissen, dass das Motorrad keine hat. Also man kann da ganz, ganz einfach aufs Hinterrad, das ginge nicht bei einer Traktionskontrolle und man kann es auch nicht zuschalten und so. Ich habe mich dann eben erkundigt und das Rätsels Lösung ist, dass das Motorrad eben ohne Traktionskontrolle dahergekommen ist, dass es die auch zumindest im Modelljahr 2022 auch nicht als extra gibt. Also so viel dazu, weil man sagen muss, wenn man auf verschiedene Händlerangebote schaut, die bewerben das immer noch. Die haben offensichtlich auch diese ersten Infos aus China oder vom Importeur eingepflegt in ihre Websites. Die CF Motor 800 MT hat ABS, hat eine wunderbare Serienausstattung, vor allem in der Tourenvariante, aber sie hat definitiv keine Traktionskontrolle. Wenn ich jetzt schon bei der Serienausstattung der Touring-Variante bin, die kommt daher mit Heizgriffen, mit Sitzheizung, mit einem Quickshifter, der wunderbar funktioniert. Also dieser Quickshifter, den kennt man ja auch von den KTM Adventure-Modellen, ist definitiv einer der Besten am Markt. Also der lässt die Gänge rauf und vor allem runterflutschen, ohne irgendwas. Beim Raufschalten beim ersten Mal, manchmal braucht es ein bisschen mehr Druck oder muss man mal kurz vom Gas weggeben. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob das dieses Modell ist oder ob das ein eigenarter CF Motor ist, ist aber nicht weiter störend. Also dieser Quickshifter ist top und der unterstützt dann natürlich auch das sportliche Fahren auf der Straße und dafür ist dieses Motorrad wirklich wie gemacht. Da haben wir noch eine Serienausstattung. Wir haben ein Koffersystem, das woanders sehr, sehr viel Geld kostet, das den Koffern eines bekannten Anbieters sehr, sehr ähnlich sieht, den ich sehr schätze. Die wirken auch wirklich ähnlich robust, sind innen sogar mit einem Teppich ausgelegt. Also das wirkt sehr, sehr wertig. Sie sind nur ein bisschen klein geraten. Es gibt keine Volumenangaben bei CFMoto, aber wenn ich zum Beispiel zu meinen 38 Liter Touratech Boxen hinstelle, dann sind sie doch um einiges kleiner. Dann würde ich sagen, dann fast die größere Box auf der Seite, wo kein Auspuff ist, höchstens 30 Liter und die kleinere umso weniger. Also da werden wir bei 20, 25 Liter Stauvolumen sein. Das ist jetzt nicht das größte Kofferset, aber es ist ein serienmäßiges, wunderbar stabiles Kofferset. Ich habe jetzt die Sturzprobe nicht gemacht damit, aber die wirkt mir wirklich sehr, sehr solide und sehr, sehr gut verbaut. So wie überhaupt die Verarbeitung des Motorrads wunderbar ist. Weil da habe ich ja auch immer wieder Fragen bekommen, dass ich das genau anschauen soll und ich habe mir das genau angeschaut. Also wer da jetzt aufgrund der Verarbeitung sagen würde, das ist ein China Motorrad, da würde ich wirklich meinen Kopf schütteln. Das ist wirklich bis ins Detail nicht zu unterscheiden von den europäischen Herstellern. Also das ist wirklich eine gute Qualität. Das wirkt alles sehr, sehr wertig. Ob das jetzt dann diese Bügeln sind, ob das die gleichbleibenden Spaltmasse sind, das ist wirklich alles auf einem wunderbaren Niveau. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Da gibt es überhaupt nichts zu begritteln. Aber ich bin noch gar nicht fertig mit der üppigen Serienausstattung. Du hast beim Touring-Modell auch noch einen Lenkungsdämpfer, wie er zum Beispiel bei den KTM Adventure-Modellen und auch bei der Husqvarna Norden 901 üblich ist. Du hast Zusatzscheinwerfer, du hast selbstständig rückstellende Blinker, du hast eine Warm-Blink-Funktion bei Notbremsung. Du hast serienmäßig zwei USB-Stecker und auch eine 12-Volt-Steckdose, wo man ein Navi aufladen kann zum Beispiel. Also das ist wirklich wunderbar vorbereitet für die Tour, für die große Tour. Du hast sogar Reifendruckkontrolle, du hast Smartphone-Connectivity mit deiner Navigations-App, die allerdings, muss ich auch dazu sagen, jetzt noch nicht funktioniert hat. Das wird angeblich erst freigeschalten. Aber das ist wirklich rundum voll ausgestattet. Wenn man jetzt die fehlende Traktionskontrolle nach sieht, dass da wirklich kaum Wünsche offen bleiben. Das war das Sitzschl. Das ist die Zeitung in der Auflöchterung. Wenn man sich in den Sattel der CF Motor schwingt, dann fällt einmal sofort der wunderbare Sitzkomfort auf, du hast einen angenehmen Kniewinkel, du hast eine schöne aufrechte Sitzhaltung, also das ist wirklich gemacht für die Tour, für die Langstrecke und dadurch, dass wir ein 19 Zoll Vorderrad haben, ist es auch sehr agil, also lenkt sie sich wirklich spielerisch in die Kurve ein. Ich würde sagen, da ist sie wirklich zu Hause, auf kurvenreichen Landstraßen, auf Passstraßen, da macht dieses Motorrad am meisten Spaß. Du hast wie gesagt eine wunderbare Sitzposition, auch die Stehenposition, ich muss mich da jetzt so ein bisschen rüberlegen, damit ich nicht umfalle, ist in Ordnung, also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Die Hebeleien sind einstellbar, sind anpassbar an die Handgröße, das passt wunderbar. Aber warum habe ich gesagt, das Motorrad ist in erster Linie auf der Straße zu Hause? Weil es eben zum einen mit 19, 17 Zoll Rädern daherkommt, also nicht die klassischen Enturo-Dimensionen mit einem 21 Zoll Vorderrad und weil auch die Federwege überschaubar sind. Auch da haben wir wieder die China-Krankheit, also da kann der Importeur nichts dafür, der hat immer wieder urgiert, aber es ist ganz, ganz schwer die Federwege wirklich herauszubekommen. Ich habe mich auf die Suche gemacht und habe es auch herausbekommen, aber es ist eben nicht offiziell auf irgendwelchen Websites oder so zu entnehmen. Aber du hast vorne 160 mm Federweg und hinten 150 mm Federweg, das ist jetzt nicht die Welt, aber das ist absolut ausreichend für alle Arten von Schotterstraßen, für leichtere Offroad-Passagen, weil das Fahrweg in Ordnung ist. Du hast voll einstellbare Federelemente von Kayaba, vorne eine 43 mm Upside-Down-Gabel, hinten neben das Federbein auch von Kayaba, auch voll einstellbar. Ich würde sagen, das Fahrwerk funktioniert auf der Straße wunderbar, sehr, sehr präzise, auch flotte Kurven, sehr, sehr stabil, ist eher auf der komfortorientierten Seite. Also wenn man es jetzt zum Beispiel mit der KTM 98 oder auch 97 Adventure vergleicht, die ja doch eher hart sportlich eingestellt ist, ist das eher ein bisschen komfortabler. Wenn du Schotter fährst, ist es auch okay, gerade wenn du relativ gemütlich am Schotter unterwegs bist, ist diese komfortable Einstellung gut. Wenn du dort allerdings ein bisschen flotter unterwegs bist, wenn du Stoff geben willst, wenn du sportlich unterwegs sein willst, dann neigt es schon zum Durchschlagen und ich habe dann auch schon bei gar nicht so wilden Geschichten das Fahrwerk einige Male auf Block gehabt. Also das ist jetzt definitiv nicht die Stärke, aber noch einmal, wir reden ja auch von einem Motorrad, das 10.990 Euro in der Einstiegsvariante kostet. Das ist ein ordentliches Fahrwerk, das ist ein gutes Fahrwerk für alle Arten von Straßen. Also meine Fahrwerksnormbeurteilungsstrecke, die Wiener Höhenstraße mit ihrem Kopfsteinpflaster, die kostet diesen Fahrwerk nur einen müden Grinz. Also das kann schon einiges. Wenn du allerdings erwartest, dass du da so richtig Hardcore Offroad fahren kannst, dass da Sprünge möglich sind und so, dafür ist die 800 MT Multiterror definitiv nicht gemacht. Auch aber nicht nur deshalb, weil man das ABS nicht deaktivieren kann. Ob es jetzt wie angekündigt ein Kurven-ABS ist, traue ich mir nicht zu beurteilen. Dafür haben wir ehrlich gesagt die Eier gefehlt, um das mit dem Stollenreifen am Asphalt auszuprobieren. Funktionieren tut die Bremse aber wunderbar, speziell auf der Straße. Du hast vorne zwei 320 mm Scheiben von Chechuan, spanischer Hersteller, verwendet auch KTM und Husqvarna in den Reiseenduros mit vier Kolben Radialzangen. Also das ist wirklich absolut in Ordnung, hat einen guten Druckpunkt, verzögert das Motorrad, wunderbar. Offroad ist auch nicht zu bissig, allerdings greift dort das ABS relativ früh ein. Ist jetzt kein großes Problem für jemanden, der das Bremsen am Schotter und so nur zum Verzögern verwendet. Wenn du allerdings wie ich ganz gern auch vielleicht mit der Hinterbremse ein bisschen eine Richtung gibst, das kannst du mit dem Motorrad vergessen, weil du eben das ABS leider nicht deaktivieren kannst. Du hast weder Offroad ABS, wo es hinten deaktiviert ist, noch kannst du das ABS wegschalten. Also du hast immer das ABS präsent, aktiv und das ist, wie gesagt, beim normalen Schotterstraßenfahren kein Problem. Wenn du allerdings einmal so eine richtig steile Abfahrt hast, wo du bremsen willst, dann kann es ein bisschen heikel werden oder wo es so ein bisschen eine Rutschpartie heißt, dann ist das natürlich schon mit Vorsicht zu genießen. Deswegen ist die Offroad-Tauglichkeit zwar da, ist definitiv in Ordnung. Ich würde es jetzt einmal vergleichen mit einer Suzuki V-Strom 1050, die von den Federwegen ähnlich ist, bei der man die Traktionskontrolle zwar deaktivieren kann, aber die hat eh keine, aber das ABS auch nicht deaktivieren kann. Also das kann man mit der in etwa vergleichen, nur damit du es einordnen könnt. Aber da ist sie auf gar keinen Fall bei den Premium Offroad Reise Enduros, also nicht einmal in der Nähe. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Die Qualitäten der CF-Moto liegen meiner Meinung nach vor allem in der Universalität, das eben so ziemlich jeden Weg bewältigen kann. Aber natürlich am allermeisten Spaß macht das Motorrad auf der Straße. Die Sitzbank ist wunderbar bequem, also auch wenn es den ganzen Tag im Sattel sitzt. Tut da überhaupt nichts weh. Die Sitzhöhe habe ich vorher nicht so angesprochen. Mit 825 mm ist die sehr überschaubar. Also ich mit meiner 1,75 habe da überhaupt kein Problem gut runter zu kommen. Dadurch, dass der Schrittbogen jetzt nicht der schmalste ist, trotzdem nicht komplett mit den Fersen. Aber das ist auch nicht notwendig meiner Meinung nach. Du hast dann guten Wind- und Wetterschutz. Du kannst den Windschutz im Stehen recht einfach verstellen, indem du auf beiden Seiten das aufschraubst und dann stufenlos das anpasst. Ich persönlich finde den Windschutz sehr, sehr gut. Bin aber mittlerweile ein bisschen vorsichtiger geworden, weil ich in den Kommentaren zu meinen Videos gesehen habe, dass da nicht alle den selben Maßstab anlegen. Also ich bin den Windschutz bei der CF-Moto fast immer ganz unten gefahren. Habe es aber dann für euch hoch ausprobiert und bei Autobahngeschwindigkeit und so ist das sicher auch ratsam. Also ich glaube, da wird jeder seine Höhe finden. Ich persönlich habe es fast lieber, wenn der Helm angeströmt wird, bevor ich dann Verwirbelungen von der Kante direkt beim Helm habe. Da ist jeder anders. Also ich persönlich bevorzuge eher die niedrige Position. Allerdings finde ich den Windschutz absolut im guten Mittelklasse-Reiseenturbereich. Der Sitzkomfort ist wirklich wunderbar. Wir sind natürlich auch zu zweit unterwegs gewesen. Und wie sich die Mail darauf gefüllt hat, das erzählt euch am besten selber. Wie mir der Wolf gesagt hat, dass wir chinesisch Essen fahren, habe ich an Ente Süßauer gedacht. Oder an Acht Schätze. Aber nicht, dass wir mit einem chinesischen Motorrad zum Heugen fahren. Hat aber Spaß gemacht. Und ich muss sagen, dass ich die CF-Motor von Anfang an recht fest gefunden habe. Und, was ihr wahrscheinlich eher von mir wissen wollt, richtig gut fürs Fahren zu zweit. Die Sitzbank ist bequem, der Kniewinkel genauso. Auch Platz ist ausreichend vorhanden. Außerdem ist das Polster am Topcase recht bequem. Das ist nicht bei allen so. Da lehnt man sich schon gern an, wenn es schon mal da ist. Unterm Strich hat mich die 800 MT sehr an unseren Tiger erinnert. Mit dem wir ja doch sehr viele tausende Kilometer zusammengefahren sind. Deswegen gibt es von mir eins, zwei, drei, vier von fünf möglichen Wölfen. Ja, dass die Mail der CF-Moto 800 MT vier Wölfe verpasst, hat mich nicht wirklich überrascht, weil Komfort eine der Stärken des Motorrads ist. Es ist ein Motorrad, mit dem man zu zweit unterwegs sein kann, mit dem man zu zweit auf Reisen gehen kann. Allerdings auch mit einer Einschränkung oder vielleicht nicht jeder, weil die maximale Zuladung mit 182 Kilo jetzt nicht die üppigste ist. Also das ist wirklich unterste Grenze im Reise-Enduro-Bereich. Kann sich jetzt jeder selber ausrechnen. Die Mail und ich können gar nicht so viel aufladen, dass wir diese Grenze ausreizen würden. Aber das ist bestimmt für den einen oder anderen dann auch ein No-Go, weil man zu zweit ganz einfach diesen Wert schon ohne Gepäck vielleicht überschreitet. Da hat man es wirklich verabsäumt, ein bisschen so auf europäische Maße auf zumindest über 200 Kilo zu kommen, das wäre schon gut gewesen. Aber auch da muss man auch zur Ehrenrettung der CF-Moto sagen, auch da ist sie nicht alleine. Da gibt es auch andere Hersteller, andere Reise-Enduros, die mit einer ähnlich überschaubaren, mit einer ähnlich geringen Zuladung daherkommen. Was ist noch wichtig für ein Reisemotorrad, für ein Motorrad, mit dem man ordentliche Strecken zurücklegen will? Natürlich das Serviceintervall, auch den schaue ich mir immer genau an. Und da muss ich leider auch wieder sagen, da bin ich nicht ganz schlau geworden aus den Angaben von CF-Moto. Also es ist zwar der Wartungsplan in Deutsch, aber für mich ist er trotzdem teilweise chinesisch. Ich werde euch den auch einblenden, damit ihr wisst, wovon ich rede. Es ist ganz einfach so, dass manche Dinge bei 15.000 Kilometer vorgeschlagen sind, andere Dinge wieder bei 10.000 Kilometer. Ich sage jetzt einmal Ölwechsel, Ölfilterwechsel und so bei 15.000 Kilometer. Das hieße, es ist ein 15.000 Kilometer Serviceintervall. Allerdings steht dann wieder Drosselklappe kontrollieren bei 10.000 Kilometer. Das ist vielleicht als Vorschlag gemeint. Es ist auf alle Fälle nicht so schlimm, wie der eine oder andere schon vorschnell gemeint hat, dass man da nur einen 6.000 Kilometer Serviceintervall hat, weil man auch einige Dinge wirklich bei 5.000 Kilometer hier schon kontrollieren sollte. Allerdings würde ich einmal sagen, es ist ein 15.000 Kilometer Serviceintervall, wie ihn ja auch KTM beim vergleichbaren Motor hat. Mit ein paar Auflagen, dass man vielleicht selber noch das eine oder andere vorher kontrolliert. Aber wie gesagt, das ist alles ein bisschen noch von der Kommunikation vielleicht verbesserungswürdig. Das Motorrad an sich ist ein wunderbares Motorrad. Du hast das 7 Zoll TFT Farbdisplay, das gestochen starf alles anzeigt. Die Menüführung am linken Lenker, mit der ist man auch relativ rasch vertraut. Du hast hier keine Schalterflut. Das meiste machst du mit den Rauf- und Runterschalter. Wenn du ein bisschen länger drauf drückst, dann wechselst du die Untermenüs und wenn du dann noch kurz drauf drückst, dann switchst du darin herum. Wenn ich jetzt so Kleinigkeiten noch habe, dann sind die Heizgriffe nur über dieses Menü zu aktivieren und in drei Stufen einzuschalten. Das lösen andere mit einem kleinen Schalter am Griff besser. Aber das sind Kleinigkeiten. Du hast Heizgriffe dabei, die funktionieren wunderbar. Auch die Sitzheizung funktioniert wunderbar. Beide sind drei Stufen, beides ausprobiert. Du musst dich halt ein bisschen durch das Menü durchzepten. Du wirst dich aber mit diesem Menü relativ rasch zurechtfinden. Natürlich habe ich mir wie immer auch den Verbrauch ganz genau angeschaut. Genehmigt hat sich die CF-Moto im Test ziemlich genau 5,3 Liter auf 100 Kilometer. Das ist in Ordnung in Anbetracht der Leistung und ergibt in Verbindung mit dem 19-Liter-Tank Reichweiten von deutlich über 350 Kilometer. Damit wird man auch auf der Reise von Tankstelle zu Tankstelle kommen. Als Serienbereifung kommt die CF-Moto mit einem Maxis-Reifen daher, mit einem 9010er-Reifen. Mir hat der Importeur, mir hat Kai sehr das Motorrad mit einem Conte TKC 80 ausgestattet. Offensichtlich kennen mich die schon. Sowas taugt man natürlich immer sehr. Da bedanke ich mich recht herzlich. Allerdings ist das vielleicht sogar ein bisschen zu viel des Guten für dieses Motorrad. Also ich würde bei dem Motorrad eher an Michelin-Einecke Adventure sehen. Vielleicht noch an Conte TKC 70. Also in dieser Kategorie Birelli, Scorpion Rally, SDR. Da macht man nie was falsch. Weil die auch auf der Straße wunderbar funktionieren. Und das Motorrad definitiv seine größten Stärken auf der Straße hat. Und in dem Fall eben der Reifen vielleicht sogar ein bisschen mehr können hat als das Motorrad. Aber natürlich war es auch gut, um herauszufinden, um auszuloten, wie weit man mit dem Motorrad kommt. Und man kommt sehr, sehr weit damit. Aussehen ist ja wie immer Geschmackssache. Aber so wie der Motor kommt auch das Design aus Österreich. Und zwar von der Firma Kiska. Also das ist der KTM-Designer, der verantwortlich für die Linienführung der CF-Moto 800 MT zeichnet. Mir gefällt es sehr gut. Ich finde sie wirklich gelungen. Auch die Sturzbügeln sind sehr, sehr harmonisch integriert in das Ganze. Wenn ich die Sturzbügeln anspreche. Wir haben auch einen recht soliden Aluminiummotorschutz unten. Also die CF-Moto 800 MT kommt schon sehr, sehr erwachsen daher. Wie ist die Sturzbügeln? beantworten möchte oder darüber nachdenke, für wen dieses Motorrad ist, dann werde ich auf eine breite Anwenderschaft kommen. Auf alle Fälle für alle, die preisbewusst sind, die ein leistbares Motorrad suchen, mit dem sie auf Reise gehen können, das wirklich alles bietet, alles drin und dran hat, was man sich heutzutage in einer Reiseenduro wünscht. Mit Ausnahme, wie schon erwähnt, der Traktionskontrolle. Ein Motorrad, das auf den verschiedensten Straßen funktioniert, das in erster Linie auf der Straße zu Hause ist, aber das Schotter genauso kann, das wirklich so ziemlich überall hinkommt. Man wird halt dann auch naturgemäß aufgrund der Raddimensionen, aufgrund der Federwege auch das Tempo anpassen müssen, aber ich würde sagen, so wie die meisten auf einem Schotterweg, auf einer Schotterstraße unterwegs sind, das wird die CF-Moto 800 MT auf alle Fälle können. Ob es auch zu zweit funktioniert, das ist natürlich abhängig davon, wie schwer man selber ist, wie schwer die Sozia ist. Wie gesagt, 182 Kilo Zuladung sind nicht die Welt. Ich finde auf alle Fälle, das Motorrad ein Schritt in die richtige Richtung von der Verarbeitung top. Also ich war da wirklich sehr, sehr angetan oder ich bin da sehr, sehr angetan. Wie das auch im Detail alles wunderbar ist, ob du da jetzt die Sitzbank anschaust, ob du da die Koffer anschaust, das ist alles sehr, sehr wertig, da würdest du nicht in Traum drauf kommen, dass es ein China-Moped ist, wie man so gern sagt. Allerdings hat CF-Moto auch meiner Meinung nach die eine oder andere Chance verpasst das perfekte, oder das perfekte Motorrad gibt es natürlich nicht, aber ein noch besseres Reisemotorrad, eine noch bessere Reisenturo auf die Speichenfelgen zu stellen, die übrigens mit schlauchlos Reifen bestückt werden können, indem man darauf verzichtet hat, dass man das ABS deaktivieren kann, oder zumindest ein Offroad-ABS, dass man am Hinterrad deaktivieren kann. Es ist ja alles vorbereitet, es ist ja alles bei der KTM auch drinnen, so wie zum Beispiel auch die Traktionskontrolle. Also ich glaube, dass das Motorrad auch Einsteiger und Aufsteiger ansprechen wird, und die haben sicher von einer Traktionskontrolle definitiv mehr als von einem beheizbaren Sitz. Also da hat man meiner Meinung nach am falschen Platz was weggestrichen, warum auch immer in letzter Minute, weil es ja noch zum Jahreswechsel aus China so angekündigt wurde, mit Traktionskontrolle, ist wie gesagt, finde ich jetzt kein großes Problem, aber man hätte das vielleicht noch kompletter, noch perfekter machen können. Alles in allem ist aber eine wirkliche Alternative, die meiner Meinung nach gut ausschaut, die sich gut fährt, das ist ja wirklich das Wichtigste. Das meiner Meinung nach auch ein wunderbares Alltagsmotorrad ist, also am täglichen Weg in die Arbeit durch den Großstadtdschungel, durch seine Handlichkeit genauso zu bewegen ist, wie dann auf der Afterwork-Runde, auf der Wochenendour und dann in weiterer Folge auf der großen Reise. Wichtig ist dann ganz einfach die Erwartungshaltung. Wenn man was für harte Offroad-Touren wie zum Beispiel den T-Zug, dann wird die CF-Moto 800 Multiterrain nicht die richtige Wahl sein. Wenn man aber darauf verzichten kann, dann ist das ganz sicher sehr, sehr interessante Geschichte. Die sich wirklich gut fährt, ob auf der Straße oder auch auf unbefestigten Wegen, von der Ergonomie, vom Handling, das passt alles. Also da gibt es von mir wirklich einen Daumen hoch für die CF-Moto 800 MT. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über einen. Schreibt es mir in den Kommentaren unten rein, was ihr von der CF-Moto 800 MT haltet. Ob ihr auch findet, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber vielleicht noch nicht ganz genug für die hohen europäischen Maßstäbe. Ob ihr vielleicht sogar schon eine daheim stehen habt oder ob ihr vorhabt, eine Probe zu fahren und eine anzuschaffen. Das würde mich interessieren. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr wisst, was jetzt kommt, hört es noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut es. Ja, abonniert nicht nur den Kanal, sondern aktiviert auch die Glocke, damit es meine Videos in Zukunft nicht mehr versäumt. Wir haben zum Schluss wieder mal was in eigener Sache. Dieses T-Shirt könnt ihr kaufen im Back-and-Tour-Shop. Ich bin da ein bisschen unter die Philosophen gegangen. Den Spruch gibt es übrigens auch auf einem Häferl. Aber auch jede Menge andere T-Shirts, Leihwahlen, Hoodies, Kapperln, Flaschen, Häferln. Was weiß der Teufel. Also ich würde mich freuen, wenn es vorbeischaut, wenn es euch was findet. Es ist alles gute Qualität, es ist alles wirklich eine gute Ware. Und ihr könnt es damit mich als Einzelkämpfer bzw. Back-and-Tour unterstützen und nach außen hin zeigen, dass euch der Kanal gefällt. Danke. 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 Danke.